Hat der Rat die Reiter zu gewöhnlichen Atemtätern degradiert? Oder hat Samai deine Loyalität gekauft? No pain, no profit, yeah! Y'all already know what it is! Oh shit! Come on! Ja! Vielen Dank! Hoffen wir, dass wir jetzt wenigstens hier... Achso, da hat man ja den Gefängniswärter, ne? Ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch was kommt. Na, mach auf hier! So, den da drüben haben wir aktiviert, ne? Müssen wir den ja. Das ist ja schick, ne? So, jetzt rüber hier. In der Hoffnung, dass... ... uns hier nichts Übles ereint. Was ist hier? Wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht sehen sollte. Oder will, oder... Oder weiß ich nicht. Komme ich da so rüber? Juhu-da-da! Komm! Japp! Juhu-da! Ich komme! Nein, was machst du? Oh mein Gott! So. Nein! Das ist so blöd hier mit der Kameraführung. So, ja genau, so. Juhu-da-da! So, du-du-du. Na? Ui! I will pre-change here Wo geht's denn hier überhaupt hin? Ich weiß es nicht Ich glaube ich will das gar nicht sehen Ach da geht's raus Okay Toll Toll Da wollte ich ja gar nicht hin Ich wusste es doch Ich wusste es Dir wusste es So tschüss Du ja auch Das ist sehr praktisch Oh Gott Aber die klassische Art und Weise ist immer noch die schönste Okay Dann probieren wir es mal hier So Nein Was ist das Oh mein Gott Grüß euch Grüß euch Komm her Lauf nicht weg Back 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 hier Back hier Und den hier Na komm doch Ja genau Oh Oh man Jämmerlich Zack und zack und zack und zack Schnell leben holen Ich glaube da kommt noch was schlimmes Wusste ich's doch Ich wusste es Chaos Chaosfresser Stufenaufstieg Jawohl Der Chaosfresser ist voller Energie Und seine destruktive Kraft wird immer größer Das lobe ich mir Ja Haha Haben wir gesehen wie schnell der jetzt tot war So War's das jetzt Okay Noch nicht mehr das Schwert Mit Ach Ist das Toi Was ist das Au 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 Oh Das war knapp Au Gott Oh Gott Pores Adrenalin Er 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 Jetzt kannst du dir gleich deinen Bruder Gesellschaft leist Ne Weg Oh Gott Vollidiot Komm Komm her Sehr geil Wirklich Ge-ge-ge-ge-geil Oh jetzt Raus hier Raus hier Was ist denn da drüben eigentlich Ist das jemand Okay Okay Sind wir Ne Falsch Da war doch der Kerker Dingsbums Oder Ne Doch richtig Nein Das ist doch der Aufzug Oder Ja Da bin ich Falsch So richtig Falsch Na ja Aber Das ist Merkwürdig Ach Ich bin ja da Schon wieder Vergessen So Da sind wir ja gekommen Genau Was war das So Da müsste jetzt Dann das Dritte Schwert Rein Mal schauen Was passiert Oh mein Gott Wo geht's Jetzt hin Oh mein Gott Was ist das Oh mein Gott Was ist das Nein Ich komme noch nicht mehr Raus Aber Wo geht's hier hin Wo geht's da lang Ist das jetzt der finale Showdown Scheint fast zu Ja Ich denke schon Hat der Rat Die Reiter Zu gewöhnlichen Attentätern Degradiert Oder hat Samai Deine Loyalität Gekauft Wenn du Käuflich Bist Reiter Kommen wir Vielleicht Nicht ins Geschäst Meine Bedingungen Werden dir Nicht gefallen Oh Gott Hat die Großitäten Tier Amort Auf geht's Und was Jetzt Ach Falsch Ist ja gut Okay Das funktioniert Nicht so Wie ich das Will Ach Mensch Kein Leben Ja Gar nichts Scheiße Track Kein Haufen Kopf Ja Genau das Habe ich mir gedacht Und ich denke Jetzt mache ich mal Kurz einen Cut Um wieder ein bisschen Energie zu sammeln Für unseren finalen Gegner Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zur nächsten Aufnahme Tschüss Besuch Ja Er Vielen Dank.